Was ist die Sunnah? Was ist die Sunnah an sich? Es kommt darauf an, von welcher Wissenschaft wir sprechen. Wenn wir beispielsweise von der Glaubenslehre sprechen, heißt die Sunnah die Glaubenslehre. Und zwar das, woran der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geglaubt hat. Wir sehen beispielsweise, dass in der Hadith-Wissenschaft, und da bleiben wir erstmal im Fiqh, der Fiqh. Was heißt im Fiqh Sunnah? Eine wünschenswerte Handlung. Wenn du beispielsweise liest, und dieses und jenes Gebet ist eine Sunnah, dann heißt es, wenn ich das mache, wenn ich das bete, werde ich dafür belohnt. Und wenn ich das unterlasse, werde ich dafür nicht bestraft. Wenn wir uns jetzt beispielsweise die Glaubenslehre anschauen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Seminar, hatten wir Usul-i-Sunnah von Imam Ahmad. Die Grundlagen der Sunnah. Und dann war zum Beispiel, und von den Grundlagen der Sunnah ist der Glaube an die Engel. Heißt das, wenn du an die Engel glaubst, wirst du dafür belohnt? Und wenn du nicht an sie glaubst, wirst du nicht bestraft? Natürlich nicht. Hier heißt es von den Grundlagen der Glaubenslehre. Hier ist dieses Wort Sunnah, Glaubenslehre. Und wenn wir jetzt hier auch nochmal über die Glaubenslehre sprechen, können wir allgemein definieren, dass die Sunnah das ist, worauf der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren hinsichtlich ihrem Glaubensverständnis und hinsichtlich ihren Taten. Und wenn wir uns die Taten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam anschauen, ist jede Tat, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam macht, ein Gottesdienst, eine gottesdienstliche Handlung? Nein. Es gibt drei verschiedene Arten von Taten. Wir haben die erste Art von Taten und das sind die gottesdienstlichen Handlungen. Das ist der Grundsatz. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Sache macht, eine Tat praktiziert, ist der Grundsatz dabei, dass dies eine gottesdienstliche Handlung ist. Das ist der Grundsatz. Und das sind auch die meisten Taten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn er eine Sache macht, ist dies eine gottesdienstliche Handlung. Und deswegen hat auch Allah sallallahu alaihi wa sallam befohlen, dass wir dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen, da es gottesdienstliche Handlungen sind. Die zweite Art von Taten sind die Taten der sozusagen Gewohnheit, der Tradition. Und woher weiß man, dass eine Tat nicht eine gottesdienstliche Handlung, sondern eine Tat der Tradition ist oder der Gewohnheit sozusagen? Das Zweite. Ein Indiz dafür ist, dass sie von allen verrichtet wurde und dass sie von den Muslimen sowie auch von den Kuffar verrichtet wird. Beispielsweise der Turban. Der Turban des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Hatte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen Turban getragen? Ja oder nein? Hatte er. Hatten die Kuffar damals einen Turban getragen? Ja oder nein? Ja. Also. Beispielsweise Abu Lahab. Hatte er einen Turban? Hatte er. Abu Jahel. Auch. Sagen wir also, es ist eine gottesdienstliche Handlung, einen Turban zu tragen? Nein. Warum? Weil hier haben wir ein klares Indiz dafür, dass dies keine gottesdienstliche Handlung ist, sondern dass das eine Gewohnheit ist. Ja, eine Tat der Gewohnheit. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie und zwar, man kann sozusagen sagen, die natürlichen Veranlagungen oder die natürlichen Eigenschaften. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gerne Gurke gegessen. Oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gerne Kürbissuppe gegessen. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist schnell gelaufen. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelaufen ist, als ob er einen Berg oder einen Hügel runterläuft. Ja, also er ist schnell gelaufen. Also wirst du von Allah belohnt, wenn du schnell läufst? Ist es ein Gottesdienst, dass du schnell läufst? Nein. Ja? Und das hier sind natürliche Veranlagungen, für die der Mensch natürlich an sich nichts kann. Ja? Für die der Mensch an sich nichts kann. Und hinsichtlich diesen letzten zwei Kategorien, die Taten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Gewohnheit waren oder natürliche Veranlagungen, die sagen, wenn eine Person sie praktiziert, dann wird sie belohnt für was? Wird sie dafür belohnt oder nicht? Grundsätzlich. Beispielsweise eine Person hört, der Prophet ist schnell gelaufen. Also läuft diese Person auch immer schnell. Wird die Person dafür belohnt oder nicht? Ja, weil die Nachmacht ist, wenn sie von Allah sallam macht, Also wird sie für das schnelle Laufen belohnt oder für was anderes? Nein. Sie wird nicht belohnt. Wird belohnt, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen wollte. Genau. Sie wird nicht an sich für die Tat belohnt, aber sie wird für die Liebe gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam belohnt. Ja, sie wird dafür belohnt, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen will. Ja, dafür wird sie belohnt. In sich oder im Gegensatz zu was? Zu der ersten Tat, den gottesdienstlichen Handlungen. Hier sagen wir, die Person wird natürlich für diese Tat belohnt. Und für die Gefolgsamkeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber hinsichtlich den anderen Taten, zu sagen wir, diese Person wird belohnt, aufgrund oder für ihre Liebe gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und für die Befolgung gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber nicht für diese Tat. Ja, denn diese Tat ist keine gottesdienstliche Handlung. Diese Tat ist keine gottesdienstliche Handlung. Übrigens, natürlich in der, wir müssen jetzt eine kleine Ausnahme machen, natürlich innerhalb dieser natürlichen Veranlagungen oder innerhalb dieser Gewohnheiten, kann es noch einmal verschiedene Überlieferungen geben, die auf eine gottesdienstliche Handlung hinweisen. Beispielsweise hinsichtlich dem Essen. Nehmen wir mal an, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gerne dieses und jenes gegessen. Wir haben bereits gesagt, du wirst nicht dafür belohnt, dass du das Gleiche isst, außer für was? Für die Gefolgsamkeit des Propheten, dass du dem Propheten das Gleich machen möchtest. Es gibt aber innerhalb des Essens beispielsweise verschiedene Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angesprochen hat. Zum Beispiel das Essen mit rechts. Das Essen mit rechts ist eine Sache bezüglich dem Essen. Wir haben gesagt, für das Essen wird der Mensch grundsätzlich nicht belohnt. Er wird aber belohnt für was? Für das Essen mit rechts. Beispielsweise das Schlafen. Wenn eine Person vier Stunden schläft und eine andere Person schläft sieben Stunden, würdest du dir dafür belohnt? Wenn wir sagen beispielsweise, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat wenig geschlafen. Und eine Person sagt, ich schlafe wenig, weil der Prophet wenig geschlafen hat. Dann sagen wir, du wirst belohnt für deine Absicht, aber du wirst nicht belohnt. Also du wirst belohnt für die Absicht, dass du dem Propheten folgen möchtest, aber nicht für das Schlafmann sich. Aber es gibt beispielsweise ein Hadith, das man in Richtung Qibla, also zum Beispiel so, schlafen soll. Auch wenn dieser Hadith nicht ganz authentisch ist. Aber wenn eine Person das jetzt macht, dann sagen wir, hierfür wirst du belohnt. Warum? Weil hier gibt es einen expliziten Beweis dafür.